Da 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 So jetzt bin ich um den Start hier, komm, schieß los. Mein Herz, es brennt, wenn ich dich seh. Oh mein Gott, watch out! There's a table! Hast du einen Erstpind? Ich glaub's Lasagne, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Dieses scheiß Laufband. Und Chantal. Chantal! Wenn ich heute durch die Hölle geh. Unsere Stimmen matchen würd ich sagen. Roter Ferrari, goldene Rolex, Vanessa May. Geil. Danke, Joachim. Arschlöcher. Ihr wollt mich fertig machen. Genau dafür ist dieses Format gemacht. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Oh wow, oh wow. Wasser trink. Okay, cheers. Oh, was ist das denn? Was war das? Geschmolzene Laschseife? Boah, das war ekelhaft. Was waren das? Boah, das war Karotte. Ich kotze die gleich richtig im Strahl. Boah, Vanessa. What the hell? Da war ein Stück drin. This is disgusting. Das stinkt richtig ekelhaft, wirklich. Ich hab mir Eier geschissen von der Karotte. Das ist Zwiebelwasser. Aber deine Geschmacksknospen sind auch am Arsch irgendwie. Warum? Das ist Tomatensaft, man. Ein Hoch auf uns. Auf dieses Leben. Boah, ist das ein lustiges Spiel. Kann man das? Lange, lange Spiel? Niemals. Niemals. Das krankste Interview, was ich je bekommen hab. Fick und fertig oder fertig richtig? Fick und fertig. Tschüss! Yes!